Hallo und herzlich willkommen. Hier sind Silvia Eichhoff und Andrea Gunkler und wir wünschen dir viel Freude bei dieser neuen Folge von Malfreunde.fm, deinem Podcast für Kreativität und Lebensfreude. Aufzeichnung läuft. Einen wunderschönen guten Morgen, Silvia. Wie schön, dass wir uns wieder sehen. Guten Morgen, Andrea. Ja, schön. Endlich wieder Montag. Das ist auch fiesig. Endlich wieder Montag und dabei hören die Leute das aber erst am Mittwoch. Ja, aber die können sich dann denken, oh endlich wieder Mittwoch. Genau. Und wir wissen dann, dass wir am Montag einen ganz tollen Start in die Woche hatten. Richtig. Und das ist alles total super. Genau. Nicht nur den Tag, sondern am besten auch, also nicht nur die Woche, sondern am besten auch jeden Tag mit was anfangen, was einem total Spaß macht. Ja. Und schon gelingt der Start in was auch immer. Das mache ich ja meistens. Also es war auch ganz witzig, kann ich gleich mal erzählen an dieser Stelle. Ich habe einen Post gemacht, wo ich von meiner Kaffeemalerei erzählt habe. Und dann wurde auch gefragt, wieso nennst du das Kaffeemalerei? Weil Kaffee ist da, also es ist weder braun das Bild noch mit Kaffee gemalt. Und dann habe ich eben auch gesagt, ja, das ist meine Kaffeemalerei. Neben meinem Kaffee male ich dann total gerne und starte so einen Tag. Und das ist einfach wertvoll, wenn ich das machen kann. Es gibt Tage, an denen das nicht geht. Und dann fehlt tatsächlich irgendwie was. Aber also an den allermeisten Tagen geht das ganz gut. Und ich genieße es sehr. Sehr schön. Wenn du an den Tagen, wo du nicht dazu kommst, holst du das dann quasi nach nochmal, dich mit einer Kaffee hinzusetzen und zu malen? Also es klappt auch nicht immer. Aber also dann halt meistens nicht mit Kaffee. Okay. Und also ich male dann schon auch nachmittags oder abends, wenn ich, also ich muss eigentlich jeden Tag mal an den Maltisch. Das mache ich schon. Aber es ist, nee, nachholen richtig kann man das nicht, finde ich. Geht nicht, ne? Ja. Also so dieses, wenn alles so ruhig ist. Also ich weiß einfach, frühs um, also das war jetzt diese letzte Kaffeemalerei, die war morgens um fünf, halb sechs. Um sechs muss ich los zum Dienst. Und um fünf stehe ich auf und dann, bis ich halt geduscht bin, angezogen und so. Und dann hole ich mir einen Kaffee und setze mich eben an den Maltisch. Und dann habe ich so eine halbe Stunde ungefähr. Wo ich dann so mal. Und in dieser halben Stunde, da weiß ich einfach, dass nichts ist. Also es will keiner was von mir. Es klingelt kein Telefon. Es ist einfach Ruhe. Manchmal mache ich mir einen Podcast dazu an, meistens. Aber das ist einfach so diese halbe Stunde, die nur mir gehört. Und das habe ich am Tag dann, wenn ich mich nachmittags hinsetze oder abends, da kommt meine Tochter rein, will was oder mein Mann ruft oder das Telefon klingelt. Also da ist irgendwie eine andere Präsenz einfach gefragt. Ja. Von daher kann ich das immer nicht so nachholen. Aber wenn ich es habe, dann freue ich mich immer. Ja. Ja, heute wollen wir gleich mit der Überraschung anfangen. Ich bin ganz gespannt. Ja, total. Vielleicht erzählen wir das kurz. Also eine Hörerin und Malfreundin und ja, ganz tolle Frau hat uns eine Rückmeldung gegeben. Die hört auch immer regelmäßig unseren Podcast. Ist jetzt so ein bisschen hinten dran, hat sie gesagt. Und hat uns die Anregung gegeben, dass wir uns doch eventuell gegenseitig im Podcast überraschen sollen mit irgendwas, was wir also vorher noch nicht voneinander kennen oder wissen und uns das dann im Podcast quasi zeigen. Also entweder ein Bild oder eine Technik oder ein Material, das wir neu gefunden haben oder so. Und das hat mich total angesprochen, weil ich liebe Überraschungen und ich liebe es, Überraschungen zu machen und ich liebe es genauso auch überrascht zu werden. Bin ich mal gespannt, was du da für mich hast. Ja, ich habe was für dich. Also, ich habe, ich halte das jetzt mal in die Kamera einfach, aber ihr seht es dann auch auf der Homepage, bei Instagram oder auch in der Facebook-Gruppe und Andrea hat es auch auf ihrem Handy. Oh ja, schön. Also das ist auch so eine Kaffee-Malerei quasi. Ja. Und das ist eine schöne, ja die Farben sind hier auf meinem Handy komplett anders. Ja, also es kommt, kommt hier jetzt über den Bildschirm anders, anders rüber, ne? Sehr hübsch. Ja. Wunderschön. Ja, und ich habe dieses Bild gemalt gestern, gestern Nachmittag. Also es war jetzt keine Kaffee-Malerei, aber ist auf so einem Kärtchen entstanden, wo ich meine Kaffee-Malereien gerne male. Und habe das einer Freundin geschickt und habe gesagt, was ist denn deine Assoziation dazu? Und sie hatte so eine ziemlich ähnliche wie ich. Und deswegen interessiert mich jetzt deine sehr, weil ich habe es dann noch anderen Freundinnen geschickt und die hatten gänzlich andere Assoziationen zu dem Bild. Und deswegen möchte ich jetzt gerne wissen, an was denkst du, wenn du dieses Bild anguckst? Also zuallererst, mein allererster Gedanke war eine Tänzerin. Aha. Das war so das allererste. Und dann habe ich aber den Rahmen da so ein bisschen genauer angeguckt. Also das sieht eher so aus, als würde jemanden entweder einen Vorhang wegziehen oder ein Fenster aufmachen. Und ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das da oben der Mond dann ist oder ob das ein Mensch ist. Aber ich glaube, es ist eher der Mond. Also sie öffnet so das Fenster und ich meine, jetzt war ja gerade Vollmond vor ein paar Tagen und sie schaut da zum Mond drauf. Okay. Wobei der Kopf ist mehr so komplett, also man guckt so drauf, als würde man so direkt hinter dieser Figur stehen. Die hat den Kopf so gerade ausgerichtet, also gar nicht so in Richtung dieses Objekts da oben in diesem Ausschnitt. Was auch immer das sein mag, ob ein Fenster oder eine Tür oder ja, was auch immer. Tür könnte es auch sein. Mhm. Einen Abgrund siehst du nicht? Also auf die, nee, wo sie draufsteht, das ist für mich Schatten, also dass sie da einen Schatten wirft. Okay. Ich sehe da keinen, nee, ich sehe da keinen Abgrund, wieso? Nee. Also meine Assoziation war, dass das, also dass die, meine Assoziation war, dass die, also dass da eine Säule ist und sie so hinter dieser Säule rumguckt und mit dem rechten Arm bedeutet sie jemandem zurückzubleiben, aufzupassen, also so ein bisschen Vorsicht und sie guckt so vorsichtig um diese Säule rum. Mhm. Und ich hatte dann auch so die Assoziation irgendwie, die hat vielleicht Angst vor irgendwas oder sie ist neugierig und belauscht wen oder so. Ah ja. Also sie will nicht bemerkt werden vielleicht. Mhm. Oder eben sie hat Angst. Und dann hatte ich eben so das Gefühl, da oben ist noch irgendwie was. Also das, was du als Mond siehst, da hatte ich dann irgendwie so das Gefühl, das ist irgendwie ein Geist oder irgendwie sowas. Und es kommt so, also dass sie vielleicht ein Geräusch gehört haben könnte hinter dieser Säule. Ja. Und dann so sagt, bleib mal zurück, ich weiß nicht, was das ist und guckt so vorsichtig rum. Genau mal gucken. Und der Geist da oben, der lacht sich aber eins, weil der hat da hinten Lärm gemacht und freut sich jetzt, dass sie drauf reingefallen ist und kommt auch von der anderen Seite und ist dann praktisch hinter ihr. Ja, ja. Finde ich fies. Das war meine Assoziation. Ich weiß schon, woher deine fiesen Assoziationen kommen. Ja, und meine Freundin eben, die hatte eine ganz ähnliche, die hat dann gemeint, das ist ein Mensch, also kein Geist, aber ein Mensch. Und sie will den irgendwohin mitnehmen oder will den nicht verlieren oder so. Und deswegen hält sie den irgendwie. Und dann habe ich das zwei anderen Freundinnen noch geschickt und habe gemeint, was sind denn eure Assoziationen? Und die hatten dann so, ja, verspielt, als würde die Verstecken spielen. Oder die eine hatte auch gemeint, sie denkt so an Musik, an Tanzen und an Wasser, also sie würde im Wasser stehen. Ja, mir fiel gerade noch Singing in the Rain ein, dass sie so tanzt und vielleicht ist das da oben auch ein Luftballon. Sie haben ja da quasi, da ist so eine Linie, die senkrecht geht und die trifft genauso ihre linke Hand und dass sie da quasi so ein Luftballon in der Hand hat. Stimmt, ich könnte einfach auch noch ein paar mehr Linien hinmalen, dann hättest du da oben eine ganze Luftballon-Traube. Genau, also links sind ja diese von so ein bisschen dunkelblau oder grün, was das ist, umrahmten gelben Flecken. Und die können nämlich auch noch Balance sein. Ja, witzig. Also es war auf jeden Fall ganz interessant, auf welche unterschiedliche Art das so gedeutet werden kann, was das so mit einem macht, wenn man so ein Bild anschaut. Und ich hatte das deswegen meiner Freundin geschickt, weil die mir drei Bilder geschickt hatte von einem Künstler, den sie sehr gerne mag. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Und die Bilder hat sie bei sich im Schlafzimmer hängen und dann hat sie mich gefragt, was für Assoziationen das bei mir auslöst. Und das waren auch ganz andere als bei ihr, also als sie an Assoziationen hat, wenn sie die Bilder anschaut. Und deswegen hat mich das dann interessiert, wie sie dann bei sowas, was sie dann da assoziiert. Und da waren wir aber ganz ähnlich eben. Ja, aber das ist gerade spannend, eben bei solchen abstrakten Hintergründen, abstrakten Umgebungen rundherum. Das ist ja wirklich, ja, von dem, was du da reinlesen kannst, das ist ja enorm. Und ich glaube auch, dass das sich ändert. Also ich glaube auch, dass es wirklich so, wie du gerade da bist, so siehst du das dann auch. Dass es so von deiner persönlichen Stimmungslage auch abhängt. Und vielleicht auch von deinen persönlichen Erfahrungen. Also du hast ja jetzt auch gerade gesagt, ich weiß genau, woher das bei dir kommt, dass du so komisches Zeug denkst. Du hast da ja auch meine Krimi-Liebehaberei angespielt. Ja, True Crime, wenn es nur Krimi wäre, wäre es ja nicht so schlimm. Ja, ja, genau. Aber ja, also das ist echt spannend. Ja. Absolut. Also vielen Dank. Für die tolle Anregung, ja, genau. Das werden wir wieder machen. Ja, und vielen Dank an dich für die tolle Assoziation und dass du mitgemacht hast. Na klar. Und jetzt bin ich gespannt auf meine Überraschung. Ach, ich hätte dir auch noch eine Überraschung mitbringen sollen. Ja. Okay. Nee, habe ich jetzt gar keine vorbereitet. Aber du hattest noch andere. Du hast mir eben gerade gesagt, dass du mich noch was anderes fragen wolltest. Ich wollte dich was anderes fragen. Du wolltest mich irgendwas zu dieser Strukturmasse und so. Ja, genau. Zu dieser Strukturmasse, die du letztens gepostet hast. Da hast du mit Zeitungspapier. Genau. Hast du, also das ist schon auch, war sehr überraschend, was du da jetzt wieder machst. Ja. Du hast Zeitungspapier genommen. Aber ich mache gerade ganz viele überraschende Sachen. Das macht so Spaß. Ja, genau. Ich bin gerade in einer riesen Experimentierphase. Und ich habe im Moment, also ich hatte jetzt gar nicht so die Zeit, da genau nachzufragen. Und hatte aber lauter Fragezeichen im Kopf. Okay. Weil du hast, also du hast Zeitungspapier genommen. Hast das gebröselt oder zerrissen in kleine. Ja, also Streifen gemacht. Und dann halt klein geschnitten, dass es so ganz kleine Fitzelchen gibt. Ja, genau. Und hast praktisch so eine Art Pappmaché gemacht. Ja, so kann man das fast sagen. Mit Acrylgel. Ja, es ist tatsächlich, klar ist das Grundlage Pappmaché auch, ja. Was mir so in den Sinn kam dabei, also was ich ausprobieren wollte. Ich hatte ja neulich mit so einem Stück Zeitungspapier Struktur gebaut auf einer Art Journalseite. Und dann habe ich so gedacht, wie wäre es denn, wenn man dieses Zeitungspapier als, also ja tatsächlich so Pappmaché-artig aufbereitet und das dann als Strukturpaste, also das selber als Strukturpaste verwendet. Und dann habe ich mir das dann, ja, also der Prozess war so, das Papier kleinreißen, nass machen, kleinreißen, nass machen, schichten und dann eben, ich habe ein Acrylmalgel benutzt, ein ganz einfaches, weil ich kein Acrylmalgel mehr hatte. Und das dann damit vermischt, dass das dann, du merkst dann halt gleich, dass das anfängt und sich zusammen bindet, ne. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Acrylmalgel und Acrylbinder? Das ist eine gute Frage, also das Acrylbinder, damit kannst du halt alle möglichen, also das ist eigentlich dafür gedacht, um eben alle möglichen, ja, was weiß ich, Sand und Leinchen und Fichtennadeln habe ich damit schon gemacht. Aber eben auch Marmor, Mehl und sowas zu einer Strukturpaste zu verarbeiten, sodass das dann eben auch auf dem Untergrund haften bleibt. Aber das Malgel ist ja eher dafür da, dass du eine schon vorhandene Acrylfarbe veränderst. Du kannst die damit transparenter machen und du kannst aber auch eine etwas flüssigere Farbe, kriegst du Pastosa, also ein bisschen mehr, dass die mehr Stand hat. Und dafür sind diese Malgele da. Und das ist aber beides klebrig? Ja klar, also du kannst mit beidem, beides kannst du quasi auch als Kleber verwenden. Okay. Also der Acrylbinder ist sozusagen, also damit kannst du dir auch selber Acrylfarbe herstellen. Wenn du da jetzt Pigmente einrührst, hast du eine Farbe. Also der Acrylbinder ist quasi Acrylfarbe nur ohne Pigment. Ah, ich habe Pigmente da. Genau, und die hatte ich nämlich auch. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, das ist ja auch eine witzige, könnte ich mal ausprobieren, dann einfach von diesem Pigment was da reinzuschütten und habe dann eben eine farbige Strukturpaste rausgekriegt. Also das lässt sich dann tatsächlich mit, ich habe eine Schablone, so eine etwas dickere, wo du richtig, also richtig auch was draufkriegst dann aufs Blatt. Okay. Ja, habe ich damit versucht und es funktioniert wunderbar, ganz toll. Und ja, mal gucken, was mir noch einfällt mit Zeitungspapier. Weil Zeitung lesen tue ich keine, wie vielleicht mittlerweile die meisten wissen. Zeitung ist meines Erachtens nur für solche Dinge gut. Ich will jetzt keinem Journalisten zu nahe treten. Ich weiß, viele lieben ihre Jobs. Allerdings, ja, was Zeitungen und überhaupt Nachrichten so anrichten können. Sehen wir alle Orten, deswegen halte ich mich da von viel. Ich glaube, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch ganz gut mit Packpapier gehen könnte. Habe ich jetzt noch nicht. Weil das auch nochmal anders, von der Beschaffenheit her ist das ja nochmal ein bisschen anders. Aber mit Kleister, also ich weiß, Pappmaché geht mit Packpapier fast noch besser als mit Zeitungspapier. Okay, das ist spannend. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es damit nochmal, also das lässt sich nochmal besser, glaube ich, formen. Weil es einfach auch dicker ist, ne? Also von der Struktur her müsste das nochmal was anderes machen. Aber das... Dann werde ich das auch mal opieren. Das klingt vielversprechend. Spannend. Ja, wie gesagt, mal gucken, was ich noch so mit Zeitungspapier mache. Ich hatte es ja auch schon mal als Schmuckelemente quasi auch so Rollenwürstel gedreht und das dann eben aufgenäht quasi in eins von meinen Junk Journals. Das habe ich damit schon mal gemacht. Ja, mal sehen wir alles so hinkriegen. Ja. Ja, toll. Was machst du denn jetzt gerade? Ich habe jetzt gerade hier so eine kleine Spielerei in so einem kleinen Notizbuch. Bevor wir anhaben, hätte ich mal wieder so ein Überkopfporträt mit Bleistift probiert. Das ging wunderbar. Und jetzt habe ich einfach Linien gemalt, Linien draufgezeichnet und finde da gerade so allerhand Tierchen. Ein Mäuschen. Zwei Mäuschen. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Das sind Mäuse und ein Vogel. Ein Fisch und eine Katze. Eine Katze, eine Katze, ein Fisch und Mäuse. Oder ein Hund. Oh, wie schön. Ich weiß noch nicht, was das ist. Lassen wir uns überraschen, was draus wird. Ja, ich habe so eine Idee im Kopf, ob ich nicht mal so, wenn ich zu Fuß unterwegs bin und laufe, da fällt mir immer so allerhand ein. Und ich bin die ganze Zeit so am Überlegen, womit ich nochmal ein paar Sachen kreativ in die Welt bringen kann. Und dann war gestern so der Gedanke, kritzeln statt Kantine. Ah, dass du in der Mittagspause, so eine halbe Stunde jeden Tag so von mittags von halb eins bis eins irgendwo bei Facebook oder Instagram live was mache. Und ja, da eben, wie gesagt, malen statt Mensa oder kritzeln statt Kantine. Ja, weil ich könnte mir vorstellen, dass in vielen Büros oder also in vielen Firmen die Kantinen eingeschränkte Möglichkeiten gerade auch haben noch, dank Corona. Ja, durchaus, ja. Und eventuell haben manche Kantinen gar noch nicht offen und die müssen da jetzt alle alleine in ihren Büros sitzen und ihre Mahlzeit zu sich nehmen. Da können sie dabei auch noch malen. Das ist eine total gute Idee. Mahlzeit. Das siehst du, das schreit ja förmlich danach. Ich glaube auch. Also ich war letztens wieder mal bei uns in der Kantine. Und also wir gehen da normalerweise nie hin aus dem Gruppendienst, weil wir haben in der Zeit keine Zeit zum Essen, weil wir da ja so ein Läutchen essen. Also die dann ja essen. Also da haben wir keine Zeit in die Kantine zu gehen. Aber wenn ich Bürotätigkeiten mache oder eben, da war ich zu einer Besprechung drin und wenn das dann zeitlich gerade hinhaut, dann gehe ich ganz gerne in die Kantine, weil wir einen ganz super tollen Koch haben. Das war früher anders. Aber unser Kantinenessen ist kein Kantinenessen mehr, sondern ein richtig gutes. Super. Das ist toll. Und dann bin ich da mal wieder hin und wusste überhaupt nicht, wie da jetzt gerade so der Ablauf ist. Normalerweise bist du da hin, warst dann in einer langen Schlange gestanden, dann hast du dir dein Tablett genommen, dann hast du das Essen gekriegt, hast du bezahlt und bist dann am Tisch. Hast geguckt, wo finde ich denn noch einen Platz? Und dann hast du halt schnell, schnell gegessen und dann bist du, meistens hast du irgendwie nette Leute getroffen, die du schon länger nicht mehr getroffen hast. Also gerade wenn du so aus dem Gruppendienst bist und nicht oft vorne bist, dann triffst du da halt oft die Handwerker und oft von der Therapieabteilung und von den Chefs sind ein paar da. Und also da ist dann irgendwie immer ein ganz netter Austausch gewesen und da war es dann so, dass nichts los war und ich dachte mir erst so, vielleicht hat die geschlossen. Dann bin ich rein und dann war da aber jemand und bin ich so, okay. Und dann habe ich gesagt, dass ich ein Essen gerne hätte und dann, also die Tabletts konnte ich mir auch nicht nehmen, sondern die kamen dann von hinten. Und dann wollte ich bezahlen und dann sagte sie, nee, nee, das geht nicht. Und dann musste ich meinen Namen angeben und die Abteilung, wo ich arbeite und das wird jetzt vom Lohn abgetrieben. Ah, okay. Also um den Bargeldverkehr zu verhindern. Und dann bin ich da mit meinem Tablett am Tisch und es war einfach leer. Also es war kaum jemand da. Also die Kantine kenne ich eben nur ziemlich voll. Ziemlich voll. Wo alle Tische eben gut besetzt sind und jetzt waren also an jedem Tisch passen normalerweise acht Leute hin und dann waren praktisch nur vier Leute, also vier Stühle an jedem Tisch gestanden, damit du den Abstand eben wahren kannst. Und also wir saßen da zu dritt an fünf Tischen. Ja, okay. Also es war so ein bisschen, ja, traurig. Ein bisschen gespenstisch auch, ne, wenn du es sonst so gewöhnt bist, dass es eher voll war. Ja, also da habe ich mir nämlich dann auch gedacht, naja, anscheinend meiden das einfach tatsächlich gerade viele bei uns und sitzen dann halt doch in ihrem Büro und essen dann da ihr Brötchen. Ja, kann ich auch voll nachvollziehen. Mir ging es eigentlich mehr so um die, dann auch so um die Essensqualität, ne, dass man sich lieber von zu Hause was mitbringt, weil oftmals, also so kann, ich weiß, die letzte Kantine, die ich kennengelernt habe, war an der Universität und da essen wirklich, wirklich nicht besonders gut. Und da hast du schon von weitem, also ich bin dann mit dem Fahrrad immer angefahren, hast du schon von einem Kilometer weiter weg, hast du die ganzen Aromastoffe und die Geschmacksverstärkertung gerochen. Also es roch in diesem ganzen Stadtteil nach Magie. Und ja, ich mit meiner Fertigprodukte-Allergie. Ja, also das ist auch wieder sowas, ja, wenn, also das eine ist natürlich, dass manches nicht besser können oder konnten. Ich glaube, mittlerweile sind die Möglichkeiten tatsächlich da, auch gutes Kantinenessen zu zaubern. Und bei uns ist es tatsächlich so, also, ja, früher waren die Möglichkeiten tatsächlich eingeschränkter bei uns in der Großküche, ne, und für so viele Leute zu kochen und das Ganze zu managen, das war, glaube ich, echt ziemlich schwierig. Und es gab da auch oft dasselbe Essen, also es haben sich einige Gerichte eben immer wieder wiederholt, die einfach auch praktisch waren, die nicht zu teuer waren. Also es muss ja auch dann wirklich auf den Preis geachtet werden und so weiter und so fort. Und was bei uns schon immer war, war, dass die Mitarbeiter dasselbe Essen bekommen haben wie die Corona und das fand ich immer gut. Aber du musstest an bestimmten Tagen wirklich auch nicht in die Kantine, weil da wusstest du, okay, naja, also. Und jetzt haben wir seit ein paar Jahren einen neuen Koch und, also ich war in Elternzeit und bin zurückgekommen und das erste Mittagessen, das ich aufgemachte, also das kommt dann ja in so riesen Containern und ich machte diese Box auf und dachte so, boah, krass, nach was riecht das denn, ne, und mach so auf und dachte so, wow. Oh, also das war Wahnsinn, was da, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Gericht das war, aber, also das ist völlig was anderes gewesen und ich hab so, was ist hier passiert? Und dann haben die mir gesagt, ja, wir haben einen neuen Koch und so, ach. Und dann haben die auch erzählt, also das war in der Zeit, als ich eben nicht da war, die Bewohner hatten da echt so ein bisschen Probleme mit der Umstellung, weil es plötzlich frisches Zeug gab und frische Kräuter und andere Kräuter und ganz andere. Gewürze und plötzlich gab es Gewürze, also vorher gab es halt eher weniger Gewürze, was auch okay war, weil es hat einfach auch nicht allen alles geschmeckt, also es hatte auch schon so bei manchen seine Berechtigung, aber, also manche haben das dann auch erst mal nicht gegessen, weil das hat komisch geschmeckt dann und war für die total ungewohnt. Und die hatten dann auch so ein bisschen mit der Verdauung Probleme am Anfang, weil sie das einfach nicht gewohnt waren. Aber jetzt essen es mittlerweile alle total gerne und es gibt ganz außergewöhnliche Sachen oft, also die ich jetzt so auch nicht kochen würde. Es wird auf vegetarische Küche geachtet und also es gibt schon auch Fleisch, aber eben nicht mehr jeden Tag. Und also früher war es halt einfach so ganz traditionell, mittwochs gab es eine Süßspeise und freitags Fisch und ansonsten gab es, glaube ich, jeden Tag Fleisch oder ja, vielleicht eher mal zufällig kein Fleisch. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass es nur an ausgewählten Tagen eben Fleisch gibt und an den anderen Tagen ganz, ganz coole Sachen. Klasse, ja. Sehr, sehr klasse. Und da merkt man eben, dem macht es auch richtig Spaß und der kann was und ist aber auch kreativ und lässt sich total coole Sachen einfallen. Also auch die Soßen, die der macht und also das ist irre, also es ist echt toll und ich sage immer, wir geben auch immer mal Rückmeldungen per Mail, wenn es besonders gut geschmeckt hat und manchmal telefonieren wir auch und dann sage ich immer, irgendwann will ich mal zum Hospitieren kommen und da mal zugucken, weil ich glaube, also der muss einfach da richtig Spaß haben bei der Arbeit, sonst würde das Essen nicht so lecker schmecken. Ja. Für manche ist das tatsächlich so eine Mission, dann eben auch bei diesen, in diesen Großküchen richtig was Gutes hinzustellen. Piepst das bei mir oder bei dir? Nein, das piepst bei mir, das ist meine Spülmaschine, die ist gerade fertig geworden, aber ich werde jetzt nicht aufstehen und sie ausmachen. Ich glaube, dieses kleine Piepsen können wir verkraften, oder? Weil bei mir piepst jetzt dann irgendwann demnächst die Waschmaschine. Das ist gleich fertig, ja, die Waschmaschine piepst, piepst vielleicht auch, aber das, das werden, wenn wir das hören würden, die steht nämlich zwei Stockwerke unter mir im Keller. Ja, mich hätte es ja natürlich jetzt auch gewundert, wenn, wenn man das bis hier hoch so laut hört, dachte ich gerade, höre. Ja, nee, also das, tatsächlich ging es mir dann auch so um den Gedanken, nimm dir selber was mit, bleib an deinem Arbeitsplatz, also wenn dir das jetzt gerade wegen Corona sowieso vermehrt tun, die Menschen, dass sie lieber an ihrem Arbeitsplatz sitzen und da die Mittagspause machen oder ja, erst einen Spaziergang machen und dann wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren und dort eben zu malen, zu kratzen. Ja, echt cool. Und die Idee dann dabei eben auch, dass du nicht groß was brauchst, sondern, dass du mit den Sachen dann hantierst, die du eh am Schreibtisch hast, also Kugelschreiber und was weiß ich hier, so Textmarker und sowas, wo du dann Flächen mit bunt ausmalen kannst und ja, so Sachen. Ja. Kreise malen oder eben so ein Bleistiftporträt über Kopf. Kreise. Kreise gehen immer. Kreise gehen immer, eben deswegen. Eben deswegen. Hat letztens doch jemand bei den Malfreunden auch irgendwie gesagt, oh, ich habe gerade keine Ideen und dann kam ich wieder mit Kreisen und dann sie, ja, ja, ich weiß schon, du immer mit deinen Kreisen. Nicht so, ja. Naja, aber Kreise gehen auch immer. In der Tat immer, ja. Also bei mir gehen die tatsächlich immer. Ja. Ja. Und die lockern auch alles immer so schön auf, also, weil du, wenn bei deinen intuitiv gemalten Sachen, außer jetzt bei dieser Tänzerin hier, obwohl da hat es, da könnte ich auch noch Kreise, aber da könntest du auch noch Kreise reinmachen. Siehst du, ich nenne sie schon nur Tänzerin. Ja, also ich sehe die nicht tanzen, aber gut. Ja, vielleicht balanciert sie auch so ein bisschen. Ja, balancieren habe ich auch gedacht. Das ist eine sehr elegante Figur. Finde ich sehr schön. Ich muss jetzt mal googeln, wie ein Gorilla aussieht. Ach so, und genau, du hast live heute Morgen was von einem Gorilla gesagt, ich erinnere mich. Ja, ich habe auf dem einen Kärtchen, da sehe ich einen Gorilla, aber jetzt fehlt mir da irgendwie der richtige Mund. Es wird wohl ein Silberrücken. Ja. Richtig. Ah, jetzt sehe ich, ah, die Nase jetzt. Genau. Weil die ist nämlich eigentlich ja schon da und ich war aber jetzt zu feige, die so auszuarbeiten. Weil ich nicht wusste, ob das so stimmt. Du warst zu feige. Ja, das ist ja immer, wenn das so, also ich meine, das ist ja kein realistischer Gorilla, das ist schon klar, das ist ja kunterbunt und überhaupt. Aber so ein bisschen, die Merkmale müssen dann schon stimmen, damit man es erkennt. Ja. Das ist ein Wolpertinger. Ein Wolpertinger, wenn natürlich auch was. Ja. Letztens hat jemand zu mir gesagt, mal doch mal ein Wolpertinger. Mal doch mal was Schönes. Ja, genau. Grüße an Malte. Genau. Der wohl gestern Finissage hatte, wenn ich jetzt. Ja, genau, ich habe es auch gesehen, ja. Mal doch mal was Schönes. Ja. Ja, ich meine hier lauter schöne Sachen gerade, stelle ich gerade fest. Da sind lauter witzige Figuren, die hier auftauchen. Das ist so cool. Das macht total Spaß. Die eine Maus, die du da gesehen hast, ist jetzt, glaube ich, ein Ohren geworden. Ein was? Ein Maushorn. Ein Maushorn. Oh ja, also wunderschön. Ja, dieses Gedudel, das ist auch echt einfach zauberhaft. Ja, und dann. Ach, cool. Daraus jetzt noch lauter Stempel aus den einzelnen Verjürgen. Ja, wollen wir mal nicht übertreiben. Ah, es wäre schön. Doch, es wäre sehr schön. Wahnsinn. Ja, was mich, apropos Wahnsinn, was mich gerade total, was mir gerade total super gefällt, bei einem Jahreskurs gibt es ja gerade diese Taster Week, ne? Ja. Und es ist ja total schar an unterschiedlichen Ergebnissen auch so kommen, ne? Also jetzt mal von dem Fuchs abgesehen, die sind alle relativ ähnlich, finde ich, aber auch wunderschön, was da so kommt. Und, ja, aber das ist immer das Tolle, wenn du gibst, du gibst so vielen verschiedenen Menschen die gleiche Malaufgabe und es kommen so unglaublich unterschiedliche Sachen bei raus, das finde ich immer dermaßen schön. Das ist ja, finde ich, immer so das Faszinierende an diesen Challenges, ne? Weil das ja auch dann immer so die gleiche Malaufgabe ist. Und dann kommt aber so viel Unterschiedliches raus und, also das liebe ich einfach, wenn dann so viel Kreativität einfach da ist und alles sieht, also ein, bei diesem Draw this in your style ist es auch so, ne? Du hast eine Vorlage und jeder setzt es in seinem eigenen Stil um und dann hast du, so hast du zwar immer ein Mädchen mit einem Vogel auf der Hand, aber es schaut total unterschiedlich aus und nicht komplett anders. Komplett anders, ja. Ja. Aber ja, bei den Taster Weeks ist das tatsächlich auch so, oder auch? Oh, gerade bist du eingefroren. Hm. So, jetzt bist du da. Ja, jetzt sind wir wieder da. Du warst ja kurz weg. Kurz eingefroren, ja. Keine Ahnung. So, obwohl ich jetzt hier oben direkt quasi neben meinem Router sitze. Meine Verbindung war auch okay. Also, ist egal, wir sind wieder da, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht suchen. Weil Ursachen, Ursachen forschen ist, glaube ich, eh, ja, mehr was für die Cracks. Ja, ich glaube auch. Sind wir jetzt keine. Finden wir jetzt nicht, ne. So. Ne, die blaue wollte ich nicht. Ja. Wie? Ja, wir waren stehen geblieben bei Challenges. Bei den Unterschiedlichkeiten. Genau. Genau. Ja, und eben aus den Kursen, die man anbietet, wie unterschiedlich das dann auch umgesetzt wird, ne? Ja. Das ist einfach toll, das so zu sehen. Das ist total klasse, ja, diese Vielfalt. Ja. Haben Gorillas weiß im Auge? Ja, alle, alle. Also, es sind alle Säugetiere, oder ich glaube, alle Wesen haben, also der Augapfel ist weiß und es ist vorne nur die Iris, die Regenbogenhaut. Das ist, glaube ich, bei allen gleich. Mhm. Okay. Ja, cool. Und wo habe ich denn das jetzt gesehen, weil, wo du so denkst, das ganze Auge ist irgendwie so braun, aber wenn die Tiere dann so ganz nach der Seite gucken, siehst du auch was Weißes. Ja, das stimmt schon, ja. Davon gehe ich jedenfalls mal aus. Und jetzt piepst es bei dir. Jetzt ist es mal eine Waschmaschine. Aber die kann ich jetzt gerade noch sagen. Ja, was wollte ich jetzt gerade noch sagen zu den Kursen? Wollte ich noch irgendwas sagen? Ich wollte dich fragen, ob du mal für deine wunderbaren, intuitiven Malereien mal einen Kurs machen möchtest. Ja, ja, wenn du mir bei der Umsetzung dann hilfst. Ja, selbstverständlich. Das spreche ich doch hier. Dann, ja, also, ich hoffe, ich kann das dann auch so, dass ich erkläre beim Tun und, ja, du musst das gar nicht, was mir so gerade einfällt, du musst das auch gar nicht filmen. Also, du kannst das auch live machen, ne? Live? Du kannst das auch live machen. Via Zoom-Meeting, Mal-Meeting. Facebook. Was meinst du? Facebook live. Einfach auf Facebook. Ja, das stimmt. Gibt es auch. Ja. Ja, mal gucken. Jetzt holst du dir einen Termin aus, den du jetzt gerne machen möchtest. Möchtest du das ein? Und, dass die Leute sich anmelden und dann malen wir zusammen. Ja, stimmt. Kann man auch so machen. Das ist eine coole Idee, die gefällt mir gut. Geht nämlich auch ohne großes Gedöns. Ja, das gefällt mir gut. Ja. Und dann ist man so mit dabei. Ja, ja, genau. Mit so im Tun. Und die Leute können auch Fragen stellen und so. Genau. Also, man hört dann alle. Ja. Ja. Genau das. Ich überlege nämlich tatsächlich, ob ich so ein Format mir mal ausdenke. Und zwar wirklich so abenteuerlandmäßig. sich auf so ein Experiment einzulassen, ohne Gewehr. Also eine Einladung, sich auf so ein Experiment einzulassen, ohne jegliche Garantie, dass das was wird. Das ist was. Ja, Abenteuer sind dazu da, dass man sie macht. Dass man sie begeht. Hast du mich jetzt nicht gehört? Doch, doch. Ich habe gedacht, ich hätte gehangen. So ganz ohne Netz und doppelten Boden natürlich nicht. Also diese Sachen probiere ich dann vorher schon auch mal aus. Ist das nett? Das ist ja dann wieder langweilig. Meinst du, das ist dann ja kein Abenteuer. Auch wieder wahr. Wenn dann, ja, es erfordert Mut. Wenn dann richtig, meinst du? Wenn dann richtig. Ja, ich glaube auch, ja. Oh, der gefällt mir. Guck mal. Ja, der ist doch super. Der ist doch klasse. Dein Gorilla. Ach ja. Mini King Kong. Sehr schön. Ja. Aber ja, also ich könnte mir das schon gut vorstellen, dass da vielleicht nicht so, also ich glaube, ja, es erfordert dann auch Mut mitzumachen. Ja, ja, klar. Also sich da anzumelden. Muss man gucken, ob das, ob da jemand genug Vertrauen hat. Das ist vielleicht eine Vertrauensfrage. Das ist definitiv eine Vertrauensfrage. Ja. Ich könnte mir das schon vorstellen. Das ist definitiv eine Vertrauensfrage. Da habe ich überhaupt gar keine, ja, das ist es auf jeden Fall. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das richtig cool wird, weil es wäre so ein bisschen ähnlich zum gemeinsamen Malen im Atelier. Da könnte eventuell genau dieser Funken mit rein springen, was so dieses gemeinsame Experimentieren und so alle wissen nicht so genau, wo geht es hin. Genau. Und diejenigen, die finden ja selber auch Dinge, die sie dann wieder mitteilen. Ja. Und das finde ich ja dann immer so, dass am Malen im Atelier, am gemeinsamen Malen ist das ja immer so dieser Faktor, der sehr inspiriert, alle inspiriert, der dann auch für diese starke kreative Energie sorgt. Also das hätte ich schon auch gerne wieder, das traue ich mich immer noch nicht, machen das, aber ich immer noch nicht, weil bei mir ist es echt total klein. Ich bin auch, ja, sehr klein. Ich bin auch echt skeptisch. Es sitzt recht voneinander. Aber gut, ich bin auch gerade, also wir waren ja jetzt auch Hotspot, jetzt gerade geht es wieder besser, Würzburg, da war gerade ziemlich viel. Ja, also ich bin nach wie vor da sehr vorsichtig und bin eigentlich, also was heißt froh, das ist jetzt Quatsch, aber ich habe ja mit Abenteuer Kinderwelt, mit meinen Kinderkursen aufgehört, ältere Kinderkursen wegen meinem Wasserschaden und bin da eigentlich, also habe dann ja entschieden, ganz aufzuhören damit und weil ich keine Kisten mehr packen will und irgendwo anders hin will und bin da jetzt so ein bisschen froh, dass mir diese Entscheidung, dass ich die nicht treffen muss, ob ich jetzt wieder Kurse gebe oder nicht. Ja, okay. Das ist jetzt einfach rum bei mir, ne? Ja. Aber, ja, ich finde es schwierig nach wie vor und gerade mit kleinen Kindern und Eltern. Ja, dann erst recht, ja. Also im Atelier, da kommen halt dann einfach Erwachsene, die das für sich entscheiden müssen oder könnten, ne? Ja. Und du bist auch Erwachsene und kannst es für dich entscheiden, aber ich finde immer, wenn man für jemanden mitentscheiden muss, der es selber nicht entscheiden kann, dann ist es halt auch immer ein bisschen schwierig. Das stimmt. Naja, ich entscheide ja auch nicht für mich, nicht nur für mich, ich habe hier im Haus ja auch noch mehr Leute leben. Ah ja, genau. Jetzt in Kürze kommt wieder eine frisch operierte zurück. Ja, das kannst du nicht machen. Ja, das kannst du nicht machen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu riskant. Genau. Und deswegen lassen wir das jetzt erst mal. Oh, ich spiel da. Guck mal, womit ich gerade mal. Ah. Mit Orange. Und deswegen bleiben wir ein bisschen bei den Online-Kursen. Heute Abend habe ich wieder ein Online-Maldate. Das wird wieder was Intimstes. Ja, kann ich wieder nicht mitmachen. Alles gut. Freitag ist das nächste. Freitag ist das nächste angesetzt. Auch wieder abends? Ja. Da habe ich auch spät. Oh, tschau. Nee, aber ich überlege mir da in dieser Richtung auch noch mal was anderes. Aber heute Abend wird das sehr nett. Die Personen, die da heute Abend mitmacht, die kenne ich auch schon. Die haben schon zusammen in echt gemalt. Das wird auch sehr schön. Guck mal. Ja. Oh, der hat aber... Jetzt hier, genau, oben drauf noch so ein bisschen mehr Büschelhaare, die hier am Rücken so ein bisschen auch hochkommen. Dann hast du deinen Silber. Nur mal so. Ja, der braucht da jetzt sowieso noch ein bisschen Strubbeligkeit. Genau, ganz basishalber Strubbeligkeit. Malprojekte, wo sind wir denn gerade dran? Also bei dir ist es eh jetzt, du bist gerade ganz massiv in den, im intuitiven Mal, ne? Ja, das macht mir einfach so Freude. Das ist so heilsam auch irgendwie. Also so, dass da teilweise bei rauskommt. Das ist echt krass. Ja, du hast da ja so voll dein Ding gefunden, ne? Also gerade ja. Ich möchte gerade gar nichts anderes machen. Das ist echt schön. Das klingt super. Ja, und ich bin wie immer noch auf der Suche. Ach, ich glaube, ich werde irgendwann auch, also so wie ich mich kenne, werde ich irgendwann die Schnauze voll davon haben und nie wieder so malen. Das ist tatsächlich irgendwie bei mir auch immer so phasenweise, dass ich dann etwas total gerne mache und male und dann wieder, ne, brauche ich jetzt nicht mehr. Eine Zeit lang habe ich 100 Knallerlinge am Stück gemalt. Ja. Oder die Hothüs oder die Häuser oder was weiß ich. Und dann wieder, ja, brauche ich das einfach gar nicht, dass ich Knallerlinge male und Häuser. Und dann habe ich aber wieder mal so, ach, ich könnte mal wieder das und das malen. Oder jetzt gerade mit den Minimis mache ich eine Challenge jetzt gerade mit. Da hast du auch wieder mit, ne? Ja, mit dabei, ja. Ja, da musste ich jetzt mit einem Strafmuffin malen. Mit einem Strafmuffin, wieso das denn? Dann hast du zu früh was gepostet oder was? Ja. Ach so, da gibt es Strafen. Da gibt es Strafen. Das wäre schon nichts für mich. Nein, das ist aber ganz witzig, weil die eine hat, so wie ich mein Hothü, hat die eine einen Kater und wenn man zu früh postet, dann muss man dem Kater ein Muffin malen. Also es ist keine große Strafe. Ja, trotzdem. Aber es ist sehr witzig, weil es kommt trotzdem immer wieder vor, obwohl du ja weißt, du musst dich da so ein bisschen, also es gibt da diese Vorgabe mit den Tagen und so. Disziplinieren. Jeden zweiten Tag wird nur gepostet. Du hast dadurch, also ja eigentlich mehr Zeit und ist ja eigentlich ganz cool und so, aber es macht mich immer mit meinem Schichtdienst und gerade eh irgendwie so mit Tag, Nacht und Höre. Ja, okay. Du kommst mal schnell durcheinander, ne? Bin ich auch echt durcheinander, was die Tage angeht. Also Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass das einen so belämmern kann. Ja, und du hast jetzt auch noch gerade diesen Mini-Book-Challenge. Was war das nochmal? Diese Mini-Junk-Journal. Die Mini-Art-Journal-Challenge. Mini-Art-Journal-Challenge, genau. Ja, das war auch eine coole Sache. Die hatten, das hat Mara Kreativstudio, heißt der Instagram-Name von ihr. Die hat eine Mini-Art-Journal-Challenge ins Leben gerufen, wo du, also erst mal nach einer Anleitung, die ganz cool war, ein Mini-Art-Journal dir selbst geklebt hast und ja zurechtgelegt hast und dann, ja, ich habe mit zwei Stichen praktisch das dann nur so gebunden. Und dann hattest du acht verschiedene Aufgaben quasi. Also du hattest acht Blätter, acht Seiten in dem Art-Journal und dann hattest du Aufgaben wie Tagtraum war eines oder Linien und Streifen war eines. Da sind schöne Sachen rausgekommen, ne? Ja, es hat echt auch Spaß gemacht. Ich liebe das halt einfach. So wie ich liebe, intuitiv zu malen und zu gucken, was sehe ich denn und was kommt dabei raus, so liebe ich das aber auch, zu einem Thema zu malen und mich da drauf einzulassen und das abrufen zu können. Das finde ich irgendwie spannend. Und auch da ist es so Wahnsinn, wie verschieden die Leute mit den Aufforderungen umgegangen sind. Das war echt irre, was da rausgekommen ist. Und, also es gibt auch diesen Hashtag Kreativität verbindet und das ist wirklich so. Wenn du in so einer Challenge mitmachst und dann siehst du so, ah, bei der habe ich doch gestern schon was Tolles gesehen und ach, guck mal. Und dann guckst du da auf den Account und lernst einfach auch andere Accounts kennen. Und das finde ich, ja, das ist eine tolle Sache. Gefällt mir. Ja, diese Verbindung, diese Kreativverbindung, das finde ich auch mal so unwahrscheinlich wertvoll, also um auch nur noch mal so auf unsere Gruppe zu kommen. Ich hatte es gerade heute, heute Morgen hat mich eine Malfreundin gefragt, ob sie denn ihre Sachen da auch posten darf und weil sie immer unsicher ist, was sie da reinstellen kann. Also sie hätte so viele schlechte Erfahrungen mit Gruppen gemacht, wo diverse Dinge unerwünscht sind und so weiter. Dann habe ich bei ihr gesagt, poste, was du für okay hältst. Du kannst auch auf deine Kurse hinweisen, du kannst auch auf deinen Laden hinweisen. Wir haben da ein Posting, das wollen wir noch mal hochholen, das will ich nachher noch mal machen. Ich habe da gestern auch was dazu geschrieben, weil wir jetzt so im Haufen neue Mitglieder hatten. Dann habe ich gedacht, ah, ich schreibe da jetzt mal was dazu. Und deswegen holen wir das auch hoch. Und ich habe ihr dann auch dazu geschrieben, wir haben aus gutem Grund keine Regeln. Ja, genau. Weil bei uns herrscht diese Atmosphäre, dass niemand sich da irgendwas, diesen Raum irgendwie für was anderes zunutze macht, weil jeder kriegt mit, wie es läuft. Und die Atmosphäre ist so positiv und schön, dass da niemand überhaupt auf die Idee kommt, da was anderes zu machen. Und es kommen auch nur die, die sich in dieser Atmosphäre im Wohl fühlen. Und also ich meine, ich weiß jetzt nicht so genau, was du meinst, mit was anderes zu machen. Aber wir sind ja auch offen für Werbung oder wenn jemand selber Kurse anbietet oder so. Aber was ich meinte, war eben nicht, was weiß ich, alle zwei Minuten ein Werbeposting abzusetzen oder jeden Tag eins oder so. Ja, oder Kredite. Nee, so ein Zeug ja eh nicht. Aber halt, weiß was ich, ich nehme an, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Ja, ständig hier und komme in meinen Kurs und ich mache das und das und tralala. Ja, wobei, also ich glaube, das würde ich ja wirklich nicht überhand nehmen. Und also wir sind ja auch einfach nicht so, also ich rede jetzt einfach mal für mich, aber ich glaube, dass du das genauso siehst. Und Konkurrenz ist da tatsächlich in der Kreativität einfach völlig an der falschen Stelle, weil es gibt keine Konkurrenz. Es gibt nur Bereicherung. Ja, ich finde Konkurrenz und Kreativität schließen sich komplett aus. Ja, das gibt es nicht und deswegen, also jeder, der irgendwie was macht, titscht jemand anderen an und du kannst voneinander lernen und es ist genügend Platz für alle da. Ja, absolut. Und ich verstehe immer nicht so dieses Gehacke oder dieses, ja, ich war auch schon in einer Gruppe, wo es dann hieß, du darfst da keine YouTube-Links von irgendwelchen Künstlern posten, wenn man dann gefragt wurde, ja, wo hast du denn das her oder, oh, das ist ja cool, wie geht es denn? Und dann hast du halt gesagt, ja, das hast du dir, also du musst ja das Urheberrecht sowieso auch wahren, also das ist eigentlich die einzige Regel, die wir haben in unserer Malfreunde Gruppe, dass wenn man von außerhalb sich inspirieren lässt oder eben nach einem bestimmten Kurs oder nach einem bestimmten Künstler eben gemalt hat, dass man den dann auch erwähnt und sagt, das habe ich von da und da. Ja, also das finde ich völlig ausreichend und okay und da war es dann auch so, die wollten da keine Werbung haben, auch nicht für kostenlose Minikurse oder so, wo ich mir dann immer gedacht habe, hä, das ist doch dämlich. Also, ja, das ist wirklich schade und ich bin sehr froh, dass es diese Option in vielen oder in Gruppen gibt, dass man eben drauf hinweisen kann, wenn da jemand einen tollen Kurs oder sowas gefunden hat, weil ich hätte ja im Leben niemals, wäre ich nie auf Lali Mille gekommen zum Beispiel. Weißt du noch, wie du da drauf gekommen bist? Ich weiß das noch genau, wie ich da drauf gekommen bin, ja. Okay. Ja. Und da wird mir jetzt so richtig was abgehen, weil das war ein großer Schritt in meiner Entwicklung, den ich da dank dieser Kurse machen konnte. Ja. Ja, und ich meine, bei manchen Sachen siehst du ja auch ganz klar, woher es kommt, ne, und das ist ja auch dann immer einfach, ja, ich finde das immer eine Bereicherung. Ja, total. Ja, und da werden wir ja auch immer wieder mal gefragt, ach, ist das okay, wenn ich das dazuschreibe, dass das von da und da ist, wo ich dann immer sage, ja, nee, nicht nur okay, das musst du bitte. Ja, weil es einfach so wichtig ist, das Urheberrecht zu wahren. Ja. Das sind so Figuren hier, die sind so witzig. Ja. Ich freu mich noch ein bisschen an mit meinem Gorilla. Was hab ich denn jetzt hier alles? Ach, guck mal, gar nicht. Der ist echt ganz schön fett. Kein Gorilla. Ja, ein wohlgenähertes Tier, sei froh. Ja, und der guckt so, so, so. Eigentlich guckt der aber doch nach unten, ich muss den Blick ein bisschen nach unten. Guck mal. Ah ja, cool. Was hast du da jetzt für Stifte? Das sind so, Mitartist? Nee, das sind so Neon-Buntstifte. Ah, Buntstifte. Also, ich hab quasi Textmarker als Farbstifte. Mhm. Also, irgendwie, deswegen, so mit. Ich hab's jetzt alles so ein bisschen. Bisschen buntig ausgemalt. Cool. Sehr schön. Bisschen rumgekritzt. So witzig. Gleichstift. Meine Tochter musste eine Strafarbeit schreiben. So was gibt's noch? Ja. Sind die denn das Wahnsinn? Zwei Seiten abschreiben. Rat mal, in welchem Fach? Kunst. Ja. Nein, ehrlich, doch. Das ist ja unfassbar. Echt jetzt? Ja. Was musst du sie abschreiben? Es ging um Acrylfarben und Malspachteln. Dass Malspachtel auch Palettenmesser genannt werden. Ja. Ja. Also, es ging um Kunst, was er abschreiben musste. Aber, oh Gott, ey. Also, Begriffsdefinition, oder wie? Es hat mich wieder fassungslos gemacht. Ja, total. Irgendwie zwei Seiten aus, ich weiß auch nicht mal von, wo sie das hat abschreiben müssen. Aber ich hab gesagt, mach's einfach. Weil sie dann so, äh, und dann hab ich gesagt, was hast du denn gemacht? Also, ich mein, ich frag schon, was sie gemacht hat. Ich mein, ich kenne meine Tochter. Normalerweise, ja, würde ich jetzt mal sagen, sie macht nix, was irgendwie, ähm, aber gut. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat ihre Mitschülerin gefragt, ob sie irgendwas von ihr ausleihen darf oder so. Was ja gerade coronatechnisch eh nicht so, ähm, doll ist. Also, es ist eigentlich ja nicht erwünscht. Ich hab dann auch gefragt, ist es deswegen? Also, weil ihr wisst, ihr dürft euch nix ausleihen gerade. Weil dann hätte ich jetzt wieder gesagt, na gut, wenn sie das halt 5000 Mal sagt und die Kinder hören da nicht drauf und leihen sich trotzdem irgendwie gegenseitig was aus. Aber, ähm, sie hat dann gemeint, nee, darum ging es nicht. Es war irgendwie, ähm, also sie dürfen nicht reden. Sie sollten einfach ruhig sein. Und dann hab ich gesagt, im Kunstunterricht nicht reden. Das ist doch total bescheuert. Also, ich mein, ja. Okay, da haben wir unsere Haltung, da haben Lehrer eine andere Haltung. Also, es ist wirklich einfach dumm. Ja. Kreativität braucht Austausch und muss irgendwie Spaß machen und, äh, also, naja, wenn die Lehrerin meint. Ja, aber das ist so, ja, das ist wirklich sehr, es ist bescheuert. Es ist wirklich bescheuert. Völlig, 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 völlig. Ja. Also, ich hoffe, dass es nicht öfter vorkommt, weil sonst muss ich da mal in die Sprechstunde. Das regt mich auf, sowas. Die haben wirklich auch gerade genug zu tun, ne? Die haben ein halbes Jahr irgendwie gerade nachzuholen, mehr oder weniger, also zumindest in einigen Fächern und, ähm, müssen sich jetzt auch gerade wieder an den Ablauf gewöhnen und dann hocken sie da und, ähm, ach, also mich nervt sowas einfach. Und wenn, also, was mich eigentlich am allermeisten nervt ist, wenn jemand seinen Job nicht richtig macht und ich sage immer, wenn jemand seine Klasse nicht ruhig kriegt. Mit interessanten Projekten zum Beispiel, ne? Mit interessanten Themen. Ja. Dann, ähm, müsste derjenige eine Strafarbeit schreiben und nicht die Kinder, die darauf reagieren. Ja. Und, ähm, das ist das, was mich an dieser, an diesem Schulthema sowieso immer nervt. Ja. Dass da einfach, also Strafarbeiten, ey, geht's noch. Im 21. Jahrhundert, ne? Ja. Das ist schon echt. Ja, aber das ist so ein Ausdruck von, von Hilflosigkeit, ne, bei den Lehrern. Ja, das ist einfach, genau. Das ist einfach halt nicht wissen, wie es geht. Und, ähm, das ist einfach nicht wissen, wie es geht. Wie es besser geht. Genau, ja. Und das ist, also ich finde es nervig, weil die Kinder müssen das immer ausbaden. Und das nervt mich ziemlich. Aber gut. Naja, mal sehen, wie das weitergeht. Also es ist eine neue Kunstlehrerin auch seit diesem Jahr. Die Elli hat sich erst sehr gefreut über diese neue Kunstlehrerin. Aber ich glaube, das ist schon wieder sehr abgeebnet. Das dürfte jetzt rum sein mit dem Freund. Das ist jetzt rum, ja. Und schon gesagt, Kunzi ist ein Scheißfach. Ist okay, Kind. Oh, die kann so schöne Pferde malen. Die kann auch ganz andere Sachen, kann die ganz toll auch malen. Aber sie wird wohl sich jetzt wieder lieber anderen Themen zuwenden. Davon gehe ich aus, ja. Soll sie machen. Kommt alles zu einer bestimmten Zeit zurück. Mit Sicherheit, ja. Also ich mache mich da locker, aber es ist einfach unnötig. Ja. Also Kindern den Spaß irgendwie in der Schule zu nehmen, finde ich einfach ein bisschen bescheuert. Das ist glatt, ja. Aber gut, das ist ein Thema, über das könnte ich mich stundenlang auslassen. Und über Lehrer und die Art und Weise, wie Unterricht in Deutschland stattfindet. Ich sage nur 1920 oder so. Ja, das Schulsystem stammt aus dem Jahrhundert davor, glaube ich, sogar noch. Ja, es ist ein System, was seit vielen Jahrzehnten halt irgendwie funktioniert. Und die Reform... Jetzt funktioniert ja eben nicht. Nee, aber das, ja, die Entscheidungsträger... Die Entscheidungsträger sind halt, haben da so ihre Mittel und Wege des Funktions... Also das, nein, was wollte ich jetzt sagen, es so aussehen zu lassen, als würde es funktionieren. Und dann gibt es ja immer wieder diese sinn-, unwahrscheinlich sinnreichen Bestrebungen, dann auch noch diese Schulabschlüsse irgendwie vergleichbar machen zu wollen. Und vor allen Dingen diese absurde Idee, Menschen vergleichbar machen zu wollen. Nein, daran krankt das Ganze ja schon. Aber alles andere, ein anderes Schulsystem wäre halt mit deutlich mehr Aufwand verbunden. Und wenn diesem System irgendetwas an Bildung läge, dann wäre das längst anders. Aber das ist ja nicht der Fall. Die sollen möglichst da irgendwie durchgeschleust werden, dass sie irgendeinen Abschluss haben, wofür sie dann später mit irgendeiner Ausbildung machen können, wo sie weiter zugunsten der Arbeitgeberinteressen weiter klein gehalten werden können, damit ja, niemand auf die Idee kommt, seine eigenen Vorstellungen vom Leben zu verwirklichen. Das ist manchmal so mein Eindruck. Ja, es ist einfach, es bringt niemandem was. Und ich habe mich jetzt echt ganz oft auch auf die Finger setzen müssen, wenn jemand geschrieben hat, wegen der Corona-Krise konnten jetzt die Kinder keine Bildung erhalten und die armen Kinder, die jetzt nicht in die Schule konnten und die brauchen doch ihre sozialen Kontakte. Da könnte ich schreien. Ich habe in einer Schule gearbeitet, vier Jahre lang. Glaub mir, diese sozialen Kontakte braucht kein Kind. Es braucht kein Kind. Also da kannst du in jede Klasse gucken. Es gibt zwei, drei, die irgendwie profitieren und der Rest leidet in der Regel unter dem Druck, unter den anderen, unter Hänseleien. Also das, was die Kinder da lernen, ist nichts Gutes. Und ich frage mich, wie Eltern das dann immer wieder so sehen können oder so. Ich glaube, das ist einfach, um es zu relativieren oder so, keine Ahnung. Aber ja, wenn man mal irgendwie guckt in die Kinder- und Jugendpsychiatrien, dann weiß man, dass man mit Schule den Kindern nichts Gutes gibt. Und das Problem ist einfach, dass die Erziehung der letzten Jahre gemacht hat, dass das Schulsystem halt noch weniger passt. Also du erziehst die Kinder heute ganz anders als zu der Zeit, wo das Schulsystem noch halbwegs gepasst hat. Ja, es ist aber für meinen Eindruck, ich habe selber keine Kinder. Ich kann da nicht so richtig mitreden. Aber mein Eindruck ist oft, dass sich Eltern durchaus auch es leicht machen und Erziehung und so weiter dann eben der Schule überlassen. Und aber auch irgendwie so ein anerzogenes Vertrauen des Schulsystems, dass das alles nicht ist. Und sich da gar keine großartigen Gedanken drüber machen, was die Kinder da lernen. Weil sie selber haben auch mitgemacht und haben wahrscheinlich auch drunter gelitten, nehme ich an. Vielleicht noch auf eine ganz andere Art und Weise. Gut, wir sind jetzt eine andere Generation. Ich bin eine andere Generation. Mein Vater ist kurz nach dem Krieg geboren. Da gab es eine Volksschule hier im Dorf und da gab es regelmäßig Prügel vom Lehrer. Wir sind auch noch mit sehr autoritären und rabiat auftretenden Lehrern in der Schule groß geworden. Und hatten damit zu tun, das war nicht schön. Das war alles andere als schön. Wenn ein Lehrer mit dem Mitschüler rausging vor die Tür. Und das ist immer dieses, das was du selber erlebt hast, empfindest du als normal. Ja. Und wenn dein Kind, dann ist gleich, auch selbst wenn du es nicht toll fandest. Aber alle anderen gehen da auch hin, so ungefähr. Und alle anderen finden es auch normal. Und dann schickst du dein Kind auch da hin. Du musst ja. Musst du im Prinzip auch nicht. Naja. Es besteht Schulpflicht. Ja. Aber es gibt mittlerweile auch ganz andere Modelle. Wenn man sich mal ein bisschen, also was ich so mitkriege und höre. Höhere und so gibt es auch andere Modelle von Menschen, die ihre Kinder eben da nicht hinschicken. Ja, ist aber nicht so einfach. Nee, ist überhaupt nicht einfach. Und die haben wahrscheinlich, glaube ich, auch ziemlich zu kämpfen, diese Eltern. Die sich da ausklinken. Ja, das ist wirklich nicht einfach. Ja, aber. Wie gesagt, ich mache es mir da echt kein Urteil an. Meine Mutter hat jahrelang, jahrzehntelang im Schulsystem gearbeitet als Sekretärin. Und ich habe Schule 13 Jahre lang mitgemacht. Eigentlich möchte ich von Schule auch gar nichts weiter wissen. Ja. Ja, es ist einfach ein schwieriges Thema. Ja. Und das ist, du musst dein Kind da letztendlich hinschicken, wenn du nicht irgendwie Homeschooling leisten kannst. Und Homeschooling hat sehr, sehr strenge Auflagen. Und in Deutschland ist es fast nicht möglich. Also es gibt wenige Ausnahmen. Aber ich habe zu meiner Tochter gesagt, ich wollte jetzt halt nicht unbedingt in den Zirkus. Dann hättest du nur die Zirkusschule und wäre immer mal nur ein paar Wochen da und mal ein paar Wochen da. Das stelle ich mir ganz spannend vor, weil da bist du so ein bisschen, da machst du halt dein Ding, aber bist halt aus dem System raus. Ja. Aber Zirkus war jetzt nicht so meins halt. Das musste halt dahin. Ja, aber es ist schon, es hängt halt total vom Lehrer ab, ob das Spaß macht. Ob es gut wird oder nicht, ja. Ja, und dann letztendlich müssen die Kinder da das Beste draus machen. Genau. Und dann hoffen, dass sie Mütter haben wie dich, die sie in ihrer Kreativität unterstützen. Ja, ich gebe mein Bestes, aber ja, ich bin schon auch eine Mutter, die sagt, du musst lernen, du musst dies, du musst, also ich benutze ja oft muss, eigentlich öfter, als ich gerne würde. Als es dir selber lieb ist, ne? Ja, aber es ist halt einfach so. Da passt so schön das, was ich gestern von einer Freundin gefunden habe, so ein Video, wo es um ein Kind ging, das ständig, also das ist so den Drang, auf dem Tisch rumzudrommeln, nicht unterdrücken konnte. Auch in der Schule permanent. Oh, das kommt bestimmt gut an. Ja, genau. Und es wurde halt eben dauernd gerügt, sollte aufhören und immer wieder ist es in dieses Trommeln auf dem Tisch verfallen, ne? Mhm. Und irgendwann, ja klar, ist dann in so einem Video natürlich auch so ein Spannungsaufbau da, ne? Und dann hieß es, ah, das Kind muss jetzt zum Direktor und tralala. Aber ich verrate jetzt nichts weiter. Ich glaube, ich poste das Video dann, also ich mache den Link zu dem Video, das tue ich dann mal hier in die... mit in die Folge, in die Beschreibung rein, ne? Jawohl. Hast du es gesehen? Nee. Okay. Weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, und bei mir ist da ja auch sofort wieder dieser Bestrafungsgedanke angesprungen, den ich ja auch nicht anders kenne aus der Schule. Wenn irgendwas ist, das du zum Direktor musst, droht Strafe. Echt? Also nee. Ich kenne das ja wirklich ganz anders. Also, ich hatte, ich weiß noch, meine Mutter, ich hatte immer Dreier und Vierer im Aufsatz in Deutsch. Immer. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich hatte immer Dreier oder Vierer. Und irgendwann habe ich mich auch wieder sehr gemüht und habe geschrieben und geschrieben. Und dann hatte ich also wieder nur einen Vierer. Und meine Mutter hat gesagt, also ich weiß nicht, hat sich das dann durchgelesen. Es war fünfte oder sechste Klasse, muss das gewesen sein. Und dann hat sie gesagt, also ich weiß nicht, irgendwie, das ist komisch, hat sie gesagt. Für mich liest sich das nicht nach einer Vierer. Ich frage jetzt mal die Nachbarin. Die war Englisch- und Französischlehrerin am Gymnasium. Also völlig anderes mit je. Aber sie hat sich das dann durchgelesen und hat gesagt, also, nee, also ich sehe das auch so, dass das, das ist keine gute Bewertung. Also das, da stimmt das nicht. Und wenn das immer so ist und, ja, also sie würde da schon auch mal nachhaken und so. Und ich weiß noch, also ich habe, mehr habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe nur mitgekriegt, meine Mutter ist mit dem Aufsatz zu meiner Nachbarin. Was die da wollte oder so, das hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Das war mir wurscht. So, und dann saß ich in der Klasse und wir haben ein Diktat geschrieben. Und wir hatten damals so Telefone im Klassenzimmer. Okay. So neben der Tafel hing da immer so ein Telefon in jedem Klassenzimmer. Und auf einmal klingelte dieses Telefon. Es klingelte nie, nie hat da jemand angerufen. Aber da klingelte das Telefon und alle waren ganz gespannt. Und dann ist die Lehrerin dahin und hat gesagt, Silvia und ich. Ja. Und dann sagte sie, du sollst zum Direktor. Und ich war so, was habe ich gemacht? Ich war mir keiner schuldbewusst. Ja genau, siehst du sofort, springt dein Schuldbewusstsein an. Ja, und ich hatte noch nie irgendwie, ich musste noch nie zum Direktor. Ich wusste nicht mal, wo dem sein Büro ist. Mich so, okay. Und dann bin ich im Sekretariat und habe gemeint, ich soll zum Direktor. Ich weiß nicht, wohin ich muss. Und dann sagte die, ach ja, ja, komm mit. Und hat mich da zum Direktor gebracht. Und dann machte die die Tür auf und dann saß da meine Mutter. Mama. Und sie, ja, komm mal her. Und ich so, also ich hatte so das Gefühl, mir wird jetzt der Kopf abgehackt. Oder, ne, ich habe, und ich wusste aber gar nicht, warum. Ja, ja. Und dann sagt, also es war auch gar nicht der Direktor, sondern der Konrektor, der dann da war. Und dann sagte der, jetzt setzte dich mal daher. Also, und dann hat er mir erst mal einen Vortrag gehalten über Noten. Und dass Noten eigentlich nichts aussagen. Und dass Noten eigentlich auch völlig egal sind. Und ich mir bloß keinen Kopf machen soll, wegen irgendeiner schlechten Note. Also es wäre, es würde nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun haben, wenn ich auch mal eine 6 schreibe. Ich hatte noch nie eine 6 geschrieben. Und ich wusste überhaupt nicht, was der von mir will. Und dann habe ich so, hm, ja, okay. Und dann hat er gesagt, so, aber jetzt mal zu deinem Aufsatz. Und ich so, hm. Und dann hat er dann gemeint, ja, also deine Mutter hat eben gesagt, und du hättest immer Dreier und Vierer. Ich habe mir den durchgelesen. Ich werde mit der Lehrerin sprechen, denn ich sehe das genauso. Und ich so, okay. Und dann habe ich so, oh Gott, ich kriege dann bestimmt Ärger mit der Lehrerin. Weil, also die kann das nicht gut finden, wenn meine Mutter zum Direktor geht. Und der Direktor sagt dann, du hast da eine falsche Note gegeben. Wenn die sich in die Benotung einmischen. Ja, also ich fand das sehr, sehr suspekt alles. Und dann habe ich so, okay, naja, gut. Und dann, was dann hinter den Kulissen ablief, habe ich natürlich nicht mehr mitbekommen. Ich bin dann wieder in meine Klasse und habe so gedacht, also was für ein Scheiß. Und habe dann nachmittags zu meiner Mutter gemeint, sag mal, Mama, spinnst du? Und ja, irgendwann kam dann der Tag, als wir wieder einen Aufsatz schreiben mussten. Und das war dann eine Fantasiegeschichte. Ich werde es nie vergessen. Ich habe eine Fantasiegeschichte geschrieben über eine Reise mit einer Zeitmaschine. Und, also ich habe geschrieben und geschrieben und geschrieben. Wie immer, habe mir gedacht, naja, wird eh wieder eine Drei oder eine Vier. Ist abgegeben. Und dann kam der Tag, als wir den Aufsatz zurückbekamen. Und dann sagte die Lehrerin, also die besten drei Aufsätze liest sie vor. Und dann fing die an zu lesen und hat meinen vorgelesen. Und ich dachte so, naja, was stimmt denn jetzt nicht? Also das ist ja wirklich lächerlich. Ja, ich hatte bisher immer nur Drei und Vierer. Jetzt war meine Mutter beim Direktor. Und jetzt ist es angeblich der beste Aufsatz. Und es war dann tatsächlich eine Eins. Und ich habe mir dann gedacht, also sowas Dosis. Also ich wäre mir an der Stelle der Lehrerin sehr, sehr dämlich vorgekommen. Ja, aber, also das hat eigentlich bei mir damals ausgelöst, ja komm. Weißt du, ist doch eh alles egal. Also es ist alles irgendwie Bemessungssache oder irgendwie, ja, es ist einfach bescheuert. Wenn sie es ein bisschen subtiler gemacht hätte und erst deinen übernächsten Aufsatz vorgelesen hätte. Ja, also wäre irgendwie schlauer gewesen. Also ich habe die dann auch überhaupt nicht mehr. Hättest du ihr das dann eher abgenommen? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Nee, wahrscheinlich auch nicht. Also es war einfach Aufsatz und ich war dann irgendwie rum. Aber, also war zu der Zeit einfach schon lange rum. Ja, obwohl es da so ist mit, also Aufsätze schreiben, so eine bestimmte, also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie eine Erörterung ist oder sonst irgendwas, wo es formale Regeln gibt. Aufsätze oder eben Geschichten zu schreiben oder so ist es, weil es ist eine Bewertung genauso eigentlich, also eine Benotung eigentlich genauso unmöglich wie bei Kunst. Ja, ja, eben. Also wie, wie bitte, mit welchen Maßstäben misst du Fantasie? Das Einzige, was du machen kannst, ist wirklich Rechtschreibfehler und dann eben Wiederholungen, Satzbau, Grammatik, also Druck, sowas in der Richtung, ja. Und ich meine, dass manche Aufsätze in einer bestimmten Zeit geschrieben werden müssen. Genau. Also die Zeitform muss passen und dann durchgehen und solche Sachen, genau. Aber Inhalt kann man eigentlich überhaupt nicht bewerten. Ja, also es ist, naja. Oder Bildergeschichten, die habe ich eigentlich auch immer gern noch gemocht, ne, weil das war dann auch oft so, ja. Deswegen machst du ja jetzt auch welche. Ja, du machst du ja jetzt auch welche. Papa Moll fand ich gut. Kennst du Papa Moll noch? Kann sein, aber nee. Also wir sind, glaube ich, da zu weit, als ich auseinander, als dass wir da in der Schule ähnliche Sachen mitgekriegt haben. Hm, das mag sein. Ja, aber also das war dann schon irgendwie doof. Und in Kunst hatte ich das in WTG-Werken und Textiles gestalten, war das. Da mussten wir mal ein Nadelkissen machen, das war vorhin noch in der Grundschule, das war in der dritten oder vierten Klasse. Mussten wir ein Nadelkissen machen und dann ist meine, habe ich das schon mal erzählt in einem Podcast? Ich bin dir ganz sicher. Meine Freundin hat gesagt, ich kriege eh immer eine Vier. Und dann habe ich gesagt, das ist doch Quatsch. Ne, jetzt stelle ich nicht so an und so. Und dann hat sie gesagt, doch, ich kriege bei der immer eine Vier. Und dann bin ich vor mit meinem Nadelkissen und habe das bewerten lassen und es gab ein Zwei. Und dann habe ich das meiner Freundin gegeben. Wir hatten den selben Stoff, dieselbe Figur drauf, gestickt irgendwie. Also es sah identisch aus. Und dann habe ich meines meiner Freundin gegeben und sie mit meinem vor. Und dann hat sie eine Vier gekriegt. Ja, selbsterfüllende Prophezeiung. Und ich hatte nur zwei auf dasselbe Nadelkissen. Ja, und also spätestens da war für mich das mit Schule eigentlich das, ja, zum Schrumm, ist klar. Auf der einen Seite war es von deiner Freundin natürlich selbsterfüllende Prophezeiung, weil sie hat es ja vorher gesagt, dass sie eine Vier gekriegt. Auf der anderen Seite lässt das natürlich auch über die Bewertung tief blicken. Ja. Weil der Lehrerin hätte das nämlich durchaus auch auffallen können, dass das tatsächlich das identische Objekt ist. Ihr wart jetzt mit Sicherheit keine Klasse von 100 Kindern. Wo sie große Kuckauswahl gehabt hätte. Von daher, ja, ist das auch wieder so ein deutliches Indiz dafür, wie interessiert die sind manchmal oder waren. Keine Ahnung. Ja. Ach, ist das schräg, ja. Ja, und es ist halt einfach, also ich denke mir tatsächlich, dass, also das, was inhaltlich in der Schule gelehrt wird, da müsste Kreativität halt einen sehr, sehr hohen Stellenwert in allen Fächern einnehmen. Ja, das tut es aber gar nicht. Und, ja, das ist halt nach wie vor noch ein bisschen anders hier in Deutschland. Kann man nur hoffen, dass irgendwann mal sich verändert. Ja, vor allen Dingen, es ist aber doch, wenn du mal, ich meine, ich mache das selten, aber es war damals schon zu meiner Zeit, als ich mich nach anderen Stellen umgeguckt hätte oder umgab, dass da Kreativität oft in diesen Stellenausschreibungen drin stand. Und, ne, so, wenn es darum geht, Lösungen zu entwickeln oder was weiß ich, wird ständig Kreativität gefragt. Und im Schulsystem wird die aber total, also, es ist alles kontra Kreativität, was da abläuft. Also, die wird jetzt regelrecht abtrainiert. Ja. Und dann sollst du sie aber im Beruf wieder entwickeln. Mhm. Also, wenn ich im Kunstunterricht nicht irgendwie mit meiner Banknachbarin, die sie ja eh gerade, naja, also, wenn ich da nicht mal ein bisschen quatschen darf, dann ist das einfach total widersinnig. Und ich finde, in jedem Beruf brauchst du, musst du kreativ sein. Und nicht nur im Beruf, sondern auch im Alltag. Also, wir müssen mit so vielen Situationen im Leben umgehen und ad hoc reagieren auf irgendwelche Sachen. Und es macht so viel einfacher, wenn wir unsere Kreativität geweckt haben und wenn das einfach, ja, wenn wir da kreativ mit umgehen können. Ja. Und eben nicht so, ich sage manchmal zu meinen Kollegen, die nicht ganz so kreativ sind wie ich, zu denen sage ich manchmal, du Autist. Ja, weil die, weil die nicht, also das meine ich nicht als Schimpfwort jetzt so, sondern du hast, um denjenigen wach zu rütteln, du hast gerade eine Art an dir, die es schwer macht, jetzt auf diese Situation angemessen zu reagieren. Und dann lachen die immer und sagen, ja, ja, ich weiß schon, du hast ja recht. Und dann reden wir drüber und dann finden wir meistens eine gute Lösung. Ja. Wo wir wieder bei dem Thema Selbstermächtigung sind. Diejenigen, die mit ihrer Kreativität, also die sich mit ihrer Kreativität nicht vertraut sind und nicht wissen, wie die ihnen dienen kann im Alltag, die fühlen sich ganz leicht und schnell überfordert und als Opfer. Und da geschehen Dinge mit ihnen, mit denen sie nicht umgehen können. Und wenn du aber gewöhnst, diesen, also diesen kreativen Muskel, ich nenne das, also beim Schreiben, es ist ja auch der, wie eine Art Muskel ist der, ist das, diese Kreativität. Wenn die trainiert ist, wenn du geübt bist, auf Impulse zu reagieren, meinetwegen, und in dich reinzuhorchen, was ist denn gerade da, dann kannst du auch ganz anders mit Alltagssituationen umgehen. Und bist dann eben, hast viel eher das Gefühl, in diesen Situationen auch Herr deiner eigenen Lage zu sein. Und eben nicht andere bestimmen zu lassen. Und dafür ist das Tätigsein in einem kreativen Feld, egal in welchem, so, so wichtig, dass du das Gefühl hast, ich kann mit meinen eigenen Ideen ganz toll was erreichen. Es kann vor allem ein Chef unwahrscheinlich viel Geld sparen, wenn er kreative Mitarbeiter hat. Auch das, ja. Die auf Ideen kommen, Prozesse einfach zu vereinfachen oder eben praktischer zu gestalten, als sie es sind. Und die mit der Zeit gehen und die einfach auch immer wieder offen sind für neue Impulse, für neue Lösungen. Und das wird in der Wirtschaft auch viel zu selten wahrgenommen. Oder wie gesagt, es gibt dann schon viele Betriebe, die dann sagen, sie wünschen sich kreative Leute. Aber, ja, wenn sie die dann halt nicht haben, weil das Schulsystem die Kreativität kaputt gemacht hat, dann müssen die dann irgendwann in teure Berater und Coaches investieren, die ihnen dann wieder sagen, ja, das könnte man ja einfach ganz normal umstrukturieren. Und dann kommen Leute von außen, die praktisch gar nicht mit der Materie vertraut sind eigentlich, worum es da geht, und machen dann eine Systemberatung. Ja, genau. Ohne dir dann denkst du, hm, also das hätte das System vielleicht auch selber hingekriegt, wenn es erlaubt gewesen wäre, kreativ zu sein. Und wenn Veränderungen möglich gewesen wären. Ja, und auch wirklich erwünscht wären. Ja, aber gut, so funktioniert Deutschland. Ja, mir geht es tatsächlich viel mehr um den eigenen Alltag, also das Tagtägliche, dass man das erleben kann, dass man eben nicht ein Spielball von irgendwelchen Mächten ist, sondern tatsächlich auch ganz viel für sich selber gestalten kann. Das stimmt. Und das macht das Leben halt auch lebenswert. Ja, viel schöner. Wenn du es selbst bestimmen kannst und wenn du eben deine Selbstwirksamkeit ausleben kannst. Wenn du es erlebst, ja, genau. Ja, und jetzt habe ich noch was Schönes zum Abschluss. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr haben wir, oh ja. Ich habe was Schönes zum Abschluss und zwar wollte ich dir noch was erzählen, woran ich letztens denken musste beim Malen. Weil wir hatten es von Achtsamkeit, also wir hatten über Achtsamkeit geredet und über Entspannung beim Malen und dann ist mir so gekommen, ja, für mich ist Malen tatsächlich so ein bisschen wie Snuseln. Wie was? Snuseln. Nochmal. Snuseln. Snuseln. Snuseln ist ein holländisches Wort, das setzt sich zusammen aus Snuffelen, also Schnüffeln und Döselen, Dösen. Und das heißt zusammen eben Snuseln und in meiner Einrichtung, in der ich arbeite, da gibt es Snuselräume und in diese Räume kann man gehen, da steht ein Wasserbett, das sind Wassersäulen, so Blubbersäulen, die dann so, die machst du an, dann leuchten die und dann blubbern die. Genau, der Raum ist dunkel, also verdunkelt, die Scheiben sind da zu und dann hast du da meistens so eine Disco-Kugel und Lichtstrahler und verschiedene Lichtquellen und dann gibt es noch verschiedene, ja, ich sage jetzt mal so Einrichtungsblöcke, die du, also so kannst du dir den Raum dann eben nach deinen Wünschen einrichten. Oh, okay. Und dann machst, also du hast da eine Stereoanlage, die ist auch mit dem Wasserbett verbunden, das Wasserbett, das hat dann auch so ein Bass, wo du spürst die Bässe durch. Oh, wow, spannend. In manchen Snuselräumen gibt es auch so einen Klangboden und, ja, also, oder einen Lichtervorhang, so mit so Leuchtschnüren, die dann so, also so eine Lichterdusche praktisch. Und dann machst du das Licht aus, Musik an und dann ist der Sinn hinter diesem Konzept ist, dass du mit einem Bewohner oder einem Klienten eben in diesen Raum gehst und dann ist alles, was der will, erlaubt und nichts muss gemacht werden. Also das sind so die zwei Grundsätze. Alles ist erlaubt und nichts muss gemacht werden. Du darfst keine Anforderungen an denjenigen stellen, also du, der darf selber seinen Platz wählen, der darf selber gucken, wo er sich aufhalten möchte, ob er jetzt die Blubbersäule angucken will und sich da in die letzte Ecke setzen will. Oder, oder, ups, wir müssen kurz mal stoppen. Okay, ja, also der Bewohner oder der Klient darf praktisch frei seinen Platz wählen, wo er sitzen möchte und du gibst immer mal wieder Anregungen oder reichst ihm die Hand. Und, ne, wenn er Kontakt will, dann darf er den haben, aber wenn er nicht will, ist es auch okay. Und, ähm, da habe ich letztens so drüber nachgedacht, beim Malen ist es eigentlich ähnlich. Also das ist das, was ich mir beim Malen erlaube. Es ist alles erlaubt, was ich will und nichts muss gemacht werden. Und dann ist es für mich, ähm, das schönste Malen überhaupt. Also, anders als jetzt, wenn ich einen Auftrag hätte, ne, mal, mal das und das. Mal doch mal was Schönes oder mal doch mal irgendwas. Wenn du mit dem Gefühl an den Maltisch gehst, egal was jetzt passiert, ist es okay. Und du musst jetzt nichts machen, also es muss jetzt kein Kunstwerk rauskommen. Ja. Und es ist alles erlaubt, du kannst alle Materialien verwenden, die du hast und jedem Impuls kannst du folgen. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres. Das ist wunderbar, ja, genau. Das ist, ja, so, so ist es, so, so sollte es sein. Das ist wieder so eine, ähm, ein sollte ist immer so ein blödes Ding, weil es eine Anforderung von außen ist. Aber wenn, wenn wir uns das erlauben, dann entsteht authentische Kunst. Ja, genau. Nur dann. Ja. Genau. Ja. Das war jetzt mein Schlussgedanken. Das war jetzt unser Schlussgedanken, genau. Ja, ich glaube, mit dem Gedanken machen wir dann auch Schluss. Jawohl, ich muss ja nicht schon bald zum Dienst. Ah, okay. Ja. Und, ähm, ja, es war wieder wunderschön, mit dir zu plaudern. Und, ähm, ich freue mich schon auf unser nächstes Mal. Ja, ich auch. Und es war total toll, heute auch mal, ja, intuitive Kritzeln zu probieren und rumzuspielen. So tolle Sachen, die da rausgekommen sind. Voll Spaß gemacht heute. Das Kritzeln. Mach auch wieder Bilder davon und schick sie mir, dann packe ich es in Insta. Genau. Und ich hätte gerne wieder den Gorilla von dir und auch das, äh, die Tänzerin. Und, ach Gott, was ist denn das? Das ist ein Wolperdinger. Das ist jetzt ein Wolperdinger, ja. Wir haben über einen Wolperdinger geredet und jetzt ist es einer geworden. Aber es ist ein Wolperdinger-Mädchen. Eine Wolperdingerin. Genau. Gegendert. Ja, ich bin halt so, hm, hm, hm. Kussmündchen. Eine Wolperdingerin. Sehr schön. Ja. Wunderbar. Vielleicht kommt da noch was dazu. Wunderbar, wenn sie. Mal gucken. Ja, dann. Ja, Silvia. Auswaschen kann ich nicht. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich auch nicht. Ich habe nur Buntstifte. Ja, ich auch. Da kann ich mal in meinen Stiftebehälter klappern, aber mir auch nicht. Ja. Ja, und dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Wünsche dir einen angenehmen Dienst. Dankeschön. Ich habe heute einen kompletten Ich-mache-was-ich-will-Tag. Ich gebe nachher noch kurz Besuch. Da holt noch jemand ein Buch ab. Aber ansonsten bin ich heute komplett frei. Und ich habe eine Woche auch bis auf das Training weitgehend freigehalten. Und ein bisschen abends malen zusammen. Aber ansonsten freier Fluss der Ideen. Wandern. Je nach Wetter. Schauen wir mal. Wunderbar. Ja, freier Woche. Und ich möchte als Abschluss mal noch für das viele Geschimpfe, das ich heute gemacht habe über die Lehrer. Ich möchte einfach mal noch allen Lehrern danken, die kreativ sind, die Kreativität in ihren Klassen erlauben und fördern vielleicht auch nicht. Ja. Den kann man mal danken. Genau. Und das erinnert mich gerade daran, beziehungsweise würde ich mich gerne anschließen wollen, deinem Danke und Journalisten, die bewussten und auch verantwortungsbewussten Journalismus betreiben. Dankeschön. Ja. Gut, dann mach's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Eine schöne Woche, ihr lieben Zuhörer. Und ja, von mir auch. Bis zum nächsten Mal. Wie immer, Fragen an unseren Podcast gerne in die alle möglichen Social Media Kanäle, wo wir uns rumtreiben, oder als Kommentar auf die Internetseite. Die Links findet ihr alle bei der Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Dies war eine weitere Folge von Malfreunde.fm, einem Podcast für Kreativität und Lebensfreude. Sylvia Eichhoff und Andrea Gunkler verabschieden sich für diese Woche. Lass uns gern wissen, wie dir diese Folge gefallen hat und kommentiere bei Facebook, auf Instagram oder auf unserer Homepage. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.